Lord Vanaxi, wenn wir euch helfen, das Königreich Aurora zu verteidigen, dann müssen Pummeluf und ich noch viel stärker werden. Lord Mamfaxi. Doch zuvor sollten wir euch ein wenig mit dem Königreich Aurora vertraut machen. Wähle und dann sichern, um zu sichern. Du kannst sogar während deines Trainings oder Kämpfen speichern. Ja, mit Start. Du könntest auch drauf touchen, aber... Funktioniert wohl leider nicht. Kein Touchscreen. Ja, und das Joa und Ne, das ist halt auch... Das muss leider. Speichere, jetzt warte halt. Oh Gott, ich werde so viel nachzubearbeiten haben für die LP-Version. Die Meme-Version quasi von dem Spiel. Okay. Äh, abbrechen. Also, ah, verstehe. Also, warte mal, was wollte ich gerade sagen? Achso, Joa und Ne. Das hat einfach damit zu tun, ich konnte bei Nein nicht vier Buchstaben verwenden. Weil dann hätte ich irgendwie eine spielinterne Datei sehr stark bearbeiten müssen. Und das kann ich nicht. Verstehe. Ja. Also, da war nur Platz für drei Buchstaben, da musste ich mir überlegen, was mache ich. Ich hätte auch Nö nehmen können. Aber, wenn ich ein Ö eintrage, dann wird das im Spiel völlig falsch angezeigt. Und stattdessen wäre Ö irgendwie mit mehreren Zeichen, was dann aber das Zeichenlimit wieder überschritten hätte. Verstehe. Und deswegen musste ich Nö nehmen. Kannst du auch N-O-E schreiben? Nö. Das Nintendo of Europe. Am Ende wäre es dieses eine Wort, was dann dazu führt, dass ich ein... Ein Copyright-Claim. Ja, genau. Also, so wie ich das Ganze auch verbreite als Patch-Datei, können die mir in der Hinsicht nichts, weil ich keine Assets verteile. Und die Leute müssen die ROM-Datei zum Patchen selber zur Verfügung stellen. Genau. Aurora. Aurora. Info. Ach so, ich dachte, da kommt das nicht gut. Aber du kannst auch dein Buch viel ansehen und siehst dann einen Text quasi zu dem Charakter. Und also zumindest zu den 37 Hauptcharakteren. Das sind die direkt haben wir aufs Pad, ne? Äh, ja. Ein Jungspund mit der seltenen Gabe, mit Pokémon aller Art auf einer tiefen geistigen Ebene zu kommunizieren, ist seit seiner frühesten Kindheit mit einem Evoli befreundet. Ja. Schön. Und das gibt es halt auch für die anderen. Das war auch im Trailer mit drin. Ein liebenswertes, junges Mädchen, jedoch auch stark und entschlossen. Mhm. Auch wenn sie Kämpfe lieber meiden würde, ist sie, wenn nötig, für jedes Gefecht bereit und hat eine wunderbare Singstimme wie Pummelow. So, so weit passt es nicht rein. Ja, ich weiß. Ein liebenswertes, junges Mädchen mit einer wunderbaren Singstimme. Der hat tatsächlich, sie hat ja auch eine eigene, achso, das kommt ja erst noch, das kann ich jetzt nicht spoilern. Nicht spoilern, nein. Nicht spoilern. Nee, hier wird nicht gespoilert. Das hast du jetzt wahrscheinlich auch gewusst. Trank. Also, einen Trank hat jemand anscheinend schon. Ja, aber das sind so Sachen, die kommen dann halt. Falls man das Tutorial nicht übersteht und einen Trank braucht. Genau. Betreten. Laut Phanaxidrot ist da ein... Ein Uff. Ein Uff. Ein Uff. Ein Uff. Weißt du, ich kann das dann so eintragen, du hast dann so... Du hast dann so ein Uff oben, schreiben dann einfach Uff. Nee, also, als hier in sogenannten Sternchen, also als Sache, die passiert, schreibe ich dann hin, Pummel, und sie sagt dann daraufhin, Uff. Wenn ich das irgendwann wirklich durchziehe. Oh mein Gott. Wer war das jetzt wieder? Ich war da... Zur Seite, du bist mir im Weg. Tut mir leid. I'm... Was ich sagen wollte, nicht treffeln, hier gibt es einen... No, 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 no. Jetzt muss ich mir merken, dass ich an der Stelle das nicht in ein... Hä, um wann... Nein. Nein. Ich habe so ein Gefühl, dass wir dort wilde Pokémon finden. Oh nein. Aber du machst das jetzt nicht das ganze LP drüber. Obwohl, wenn du es konsistent das ganze LP übermachst, dann muss ich nicht dabei nachdenken. Mal so, mal so. Ja. Geh, geh doch dort ein bisschen trainieren. Okay. Bitte, weil er einziel. Weil er einziel. Menway. Besteitigen. Das sind ausgerechnet die Sachen, die auch Grafiken, also wirklich über... Wem wir euch durchlause. Und bestätigen, und bestätigen ist auch noch so klein geschrieben, dass ich da nix mehr dazwischenquetschen kann. Wie soll ich das denn machen? Du kannst so ein französisches AE reinquetschen, vielleicht passt das. Das ist eine gute Idee. Alle Äs durch dieses AE ersetzen. Und dann noch... Achso, du musst die auswählen. Beide am besten. Ja. Ja. Dieses Mal musst du alle verfugbaren Krieger in den Kampf schicken. Achso, gut. Alle verfugbaren. Verfugbaren. Ja. Alle verfugbaren Krieger verspachteln. Auf geht's! Ich zeige euch, was in mir steckt. Ein Eboli. Bleibende Zwege. Zehn. Zug von Phanaxi. Ihr seid das Kriegsoberhaupt dieses Königreichs, Lord Phanaxi. Pummelov und ich werden euren Befehlen gehorchen. Allen Befehlen. Allen Befehlen. Das ist was, das würde ich tatsächlich sogar... Das würde ich sogar in die Originalversion mit reinpacken. Aber nur, weil ich andere Sachen derartiger Natur ebenfalls mit drin hab schon. Jetzt hab ich Angst. Also, sollen wir vorgehen? Nicht etwa wie? Ja, ne? Die Pokémon deiner verbohendeten Koenden genauso bewegt werden wie Eboli. Um Siege zu erzielen, ist es wichtig, auch die Pokémon deiner verbohendeten Weise zu befehligen. Okay, dann los. Alles klar. Ja, Pummelov, geben wir für Lord Phanaxi unser Bestes. Unsere schwarzen Ellings. Wie weit kann der wahrscheinlich laufen? Äh, nur so weit wie dieses komische blaue Ding anzeigt. Ne, ne, der Gegner war nicht. Achso, der Gegner. Äh, da würde ich tatsächlich versuchen, nicht ganz so weit zu laufen. Genau, das war jetzt die Idee eben. Ach, warte mal, du kannst ja mal das... Ah, ne, du kannst noch nicht. Okay. Du wirst im nächsten Zug wahrscheinlich erst auf eine Sache hingewiesen oder im Über... oder später irgendwann. Aber jetzt hast du noch eine Option nicht. Gegner, schlatt zu. Aha. Scheiße, das... Oh! Volltreffer! Zwei KP abgezogen, ist nicht so schlimm. Wisst ihr, was Fähigkeiten sind? Lord Phanaxi? Nein, woher auch? Ja. Ihr habt ja keine. Aber euer Eoli besitzt eine Fähigkeit namens Siegeseifer. Siegeseifer. Pummelov hat einen namens Schlaflied. Fähigkeiten sind etwas, das jedes Pokémon hat. Sie werden im Kampf automatisch aktiviert, wenn bestimmte Voraussetzungen FOLs sind. Du kannst die Fähigkeiten aller beteiligten Pokémon unter... Manway? Unter... Info einsehen. Ach, da oben ist Info. Da mal drauf, genau. Geht das irgendwie? Ja. Ja. Da steht's. Aber da steht jetzt auch bloß der Name der Fähigkeit und nicht die Beschreibung. Ach, unter Hilfe mit Y. Haben Sie keinen Kriegskunst? Ah, verstehe. Regenerätme... Äh, so. Okay. Kriegskunst weiß ich aber noch nicht. Ach, wir haben auch Typen. Ja. Also die Figuren selber? Ja. Ja. Da waren die Treffer. Ja. Ja. Krieg gab's damals wahrscheinlich noch nicht. Ach so, nee, 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 das sind Spezialtypen. Das heißt, die Pokémon, mit denen man am besten sich verkrumpeln kann. Und die Kriegskunst, was bewirkt die? Also was bewirkt, steht da aber... Das wird ja erst später im Spiel erklärt. Okay. Aber zumindest steht da, was die dann tun. Äh, so. Ob das das angreifende Pokémon regelrecht unsichtbar wird, ja. Oh Gott, da muss ich ja auch passend aufpassen, dass das alles angezeigt werden kann, dass das groß genug ist. Mhm. Oder der Text nicht zu viel, das ist ja übel. Das Pokémon kann umstehen, wenn man den Schlafsehn. Mhm. Auf jeden Fall, zumindest übersetzt ist es, wenn jetzt irgendwas nicht in seine Textbox passt, werden hoffentlich dann Tester mir Screenshots davon schicken. Jawohl. Es wäre auf jeden Fall sehr, sehr hilfreich. Ähm, aktivieren sich die Fähigkeiten automatisch? Äh, die von den Pokémon, ja. Sobald Sachen erfüllt sind dafür. Also Siegeseifer wäre zum Beispiel, wenn du ein Pokémon besiegst mit Evoli, dann wird es danach direkt Siegeseifer aktivieren. Das wird zum Beispiel gleich, glaube ich, passieren. Evoli, Ruckzucki. Oh. Piu. Siegeseifer aktiviert. Nochmal. Auch so ein Bild, was ich extra übersetzen musste. Das war eine Problematik. Ich überlege, ob ich es trotzdem mal angreifen lassen zum Besuch, was man... Ja, kannst... Achso, nee, aha. Nein? Zu spät. Ich glaube, du hättest Pidiza damit nicht K.O. gekriegt. Dann starre Linie jetzt 25 abgezogen. Ich weiß nicht, was Pidiza für Verteidigungswerte hat, aber... Ist das hier auch so mit den Werten? Mit Minibang nochmal? Angriff, Verteidigung und sogar Geschwindigkeit. Hier, Initiative. Und keine Ahnung, ob da noch was war. Bummelow, du, 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 Lex, hee. Und? Und? Komm schon, komm schon. Oh. Oh, Gegnerischatzucker. Ja. Volltreffer, ui. Heilen die sich nach dem Kampf von Allain wieder, oder? Ja. Oh, und es ist zurückgeschreckt. Oh, nein. Wir sind auf der Siegesstraße. Jetzt muss ich das auch ändern. Wir sind auf Siegeswurst. Dein Kursstand, naja. Da, 16. Hat's abgezogen. Stimmt. 16 von 4. Und nochmal 16. Was heißen diese Links? Wird wahrscheinlich auch noch ein. Also, das ist sowas wie Level dann in dem Fall. Also, du kannst bis 100% Link kommen. Aber nicht jeder Mensch, jeder Krieger kann mit jedem Pokémon zu 100% linken. Sondern das ist dann für jeden Krieger irgendwie ein bisschen anders. Die Stärke ist jetzt folge... Die Stairke, Entschuldigung. Stairke ist folge... Steigt relativ stark. Ja. Deswegen heißt sie ja so. Weiter. Oh, wir sind in Hof. In Hof, ja. War ich auch noch nie. Echt nicht. Ich bin, glaube ich, schon mal durchgefahren. Evoli und Pummelhof sehen schon ein bisschen stärker aus. Findet ihr nicht? Nein, Pummelhof eben gerade nicht. Soll ich Hof vielleicht umbenennen in... Was weiß ich? Bamberg. Ja. Bibelrie. Bibelrie. Oh Gott. Ich sollte aufhören, sowas vorzuschlagen. Ich muss das alles nachverarbeiten. Willingen-Schwenningen. Ich weiß gar nicht, ob ich mehrere davon benennen kann. Das Band zwischen einem Krieger und seinem Pokémon nennt man... Link. Kann man den auch in die Vergangenheit machen? A Link to the Past. Oh nein! Joey! Mach die Aufnahme nicht aus! Komm her. Komm her. Was machst du denn? Zumindest momentan noch nichts Gefährliches. Komm her. Nimm deinen Schwanz aus der Kamera. Und du auch, Joey. Und du auch, Joey. Du hast doch vorhin gesagt, ich muss jetzt irgendwas in die Hand nehmen und in die Kamera halten. Ja. Das war das jetzt. So läd dich hin oder mach irgendwas so. Ja. Hier. Spielst du öfter so? Kommt vor. Je mehr Zeit die beiden zusammen verbringen, desto stärker wird auch ihr Link. Ja, eure Auge. Dadurch wird auch das Pokémon selbst stärker. Ich habe eigentlich jetzt auf den Biss gewartet, Joey. Ihr und Evoli seid von dem Kampf sicher müde, Lord, äh, Mueide, Lord Phanaxi. Und meinem Pummeluf geht auch schon die Puste aus. Ich denke, wir alle sollten uns eine kleine Pause gründen. Ein Krieger kann nur einmal im Monat schlafen. Ein Ort besuchen oder mit seinen Pokémon in der Kamera ziehen. Also ich finde, einmal im Monat ist schon irgendwie wenig. Dafür, dass das jetzt aus zwei Runden ging. Gut, so viel gibt es nicht zu sehen in den Hof, glaube ich. Ja. Sobald alle Krieger in deiner Armee ihre Züge zu Ege beendet haben, schreite mit Monatsende. Kannst du da ein Z reinmachen? Monatsende. Ja, ich muss nur das S umdrehen. Alle Krieger haben ihre Züge beendet zum neigsten Monat voranschreiten. Ich hätte mal Ne machen sollen. Ja, wobei dann das wahrscheinlich einfach... Dann hättest du nochmal... Äh, äh... Ich glaube, dir was... Achso, ja, den will ich machen. Koroku und seine Hitzfiguren, alle nutzlos. Hitzfiguren. Ich hab noch ein paar von den Sprüchen für hier drauf. Das ist alles in der englischen Version nicht mit drin. Übrigens... Das dachte ich mir. Ich, ich, ähm... Warte mal. Wie hab ich... Wie hab ich die nochmal? Ich versuch dir nicht mal ins Ohr zu flüstern, was ich noch für Ideen hatte. Also, Hitz... Wie war das? Hitzfiguren? Hitzfiguren. Äh... Und? Warte mal. Ja, das ist auch gut. Das gefällt mir. Ich hab wirklich... Ich hab wirklich versucht, da ein paar Schimpfworte reinzubringen. Aber entschärfte Schimpfworte. Ja. Habe ich dir schon den Witz erzählt, sind zwei Ortschaften hier bei uns in der Gegend, dass Aschfeld früher mal ein R hatte, aber Frittenhausen hat's geklaut. Das ist gut. Das passt so gut zusammen. Okay. Verlieren einfach so gegen blutige Anfahrenger. Zusammenreißen müssen die sich mal. Müsste man die malen. Müsste man die malen. Soweit kommt's noch, dass die meinen Schoenen Clan ruinieren. Das Koenigreich Aurora wird mein sein. Und wenn ich es ganz allein erobere. Und wenn es das Letzte ist, was ich tue. Ja, das kommt auch dazu. Februarjahr 1. Aber das ist auch fies. Der Februar dort war in einer Datei, die ich auch nicht ändern. Also in derselben Datei wie Joa und Ne. Achso. Und da ist es gut, dass die deutschen Monate alle kürzer sind als die englischen. Deswegen hat das funktioniert. Ah. Ich musste bei January, February einfach nur das Y am Ende wegmachen. Ähm, was war bei, ähm, März ist March. Das ist ein Buchstabe mehr. Außer ich mach Ma-Rz. Oh Gott, nein. Da schließen sich Folgeprobleme an, ja. Ja, und April erst mal. Oh Gott. Musste ich gar nicht ändern. Boah, wer hätte das gedacht. Wissenaufwand. So Mai, naja, May, Y zu I. June und July. Letzten Buchstaben ändern. Dann kam August, ist dasselbe. September ist dasselbe. Oktober musste ich aus dem 10K machen. November dasselbe und Dezember als C zu Z. Und das war's. Deswegen geht das. Das ist so einfach. Ja. Wie ins Internet zukommt. Boris Becker. Okay. So, also da können wir jetzt diesen Monat nicht mehr hin. Dann müssen wir jetzt da hoch wahrscheinlich. Äh, achso, nee. Wir können wieder nach Aurora und wir sollen sogar erst mal. Okay. Äh, ja. Ja. Na? Na? Bling. Auf einmal ist da was entstanden. Seht nur, Lord Phanaxi. Dieser Ort sieht aus, als gehebet ist dort eine wilde Menge... Eine Menge wilder Pokémon. Eine wilde Menge Pokémon. Okay, wird auch mit reingepackt. Ich bin so durch heute, ey. Soll ich das auch noch hinten ranhängen? Ja, von mir aus. Es wäre sicherlich verkehrt, wenn wir dort ein wenig trainieren gehen. Oh Gott, das wird so genial werden. Und dann muss das irgendjemand spielen, der auch das Let's Play gesehen hat. Also wir zwei halt. Ja, wir. Wobei, ich eigentlich nicht. So. Nein. Ich wollte ja auch beide, der springt dann direkt weiter, das wusste ich nicht.